Was ist eigentlich ein wenig komisch, wir waren beide krank, letzte Wochen und es ist so, dass ich ein wenig früher fit geworden bin und deswegen habe ich gespielt und dreiein eben heute am Bangerl. Also ich muss sagen, ich habe die Spielheit genossen von so einer Atmosphäre in so einem geilen Stadion. Fans waren auf beide Seiten auch vorhanden und ich glaube, jeder Fußballer will genau von sowas spielen und von sowas trampen auch immer. Ja, ich war leider in der ersten Halbzeit nicht ganz so noch geplant, weil wir 1-1 hinten waren, aber ich glaube, die zweite Halbzeit haben wir wirklich Herzblut bewiesen, dass wir es 1-1 noch gemacht haben. Bis jetzt haben noch nicht viele Mannschaften dann noch einen Rückstand, dann noch einen Band geholt und ich glaube, da können wir stolz darauf sein und es fühlt sich fast wie ein Sieger, dass wir dann noch 1-1 gemacht haben und wir hätten dann fast nur Chance gehabt, dass wir es 2-1 machen und dass wir sogar gewinnen, weil so gehen wir eigentlich mit der Leistung und kommen da zu Wien zwei. Bis dahin. Vielen Dank.